Yo, herzlich willkommen zu meinem vierten Let's Play von Command & Conquer. Ja, wieso ich das nochmal gemacht habe? Ich habe das alte aus Versehen von meiner Seite gelöscht, muss ich jetzt eben nochmal spielen. Oder ich finde es einfach nicht. Na, ja, egal. Du musst jetzt mit dem Elite-Trupp hier die ganzen Leute umbringen. Das ist eigentlich ganz einfach, weil der ist super stark. Wie ihr sehen könnt, geht der voll ab. Der kann auch jedes Gebäude sofort in die Luft jagen. Ist total overpowered. Kostet aber auch ein bisschen mehr. Deshalb sollte man den nicht immer machen. Und man kann nur einen haben. Das heißt, wenn der alte kaputt ist, muss man einen neuen ausbilden. Man kann nicht zwei oder mehr benutzen. Du musst jetzt unseren Hafen freikampfen. Ja, wir müssen uns jetzt hier freikämpfen. Ja, und dabei noch töten. Und da ist dieser Flughafen, der die Schiffe blockiert. Und die sollen wir jetzt halt wieder freispielen. Den Hafen. Von der GDI einfach. Damit unsere Schiffe wieder ran können und Nachschub schenken können. Und deshalb machen wir den ganzen Unfug hier. Oh, Fässer, die explodieren. Und die auch. Und jetzt schnell hier rein, weil dann kann man alles ummieten, was es gibt. Wie ihr sehen könnt, geht das schon flott. Oh, wieder rein. Ich gehe rein. Gut. Ja, nee. Gehen wir lieber raus und bombardieren das Ding. Weil haben die keinen Flughafen mehr, können keine Kerosin nachtranken, keine Bomben, können meine Flugzeuge nicht mehr bombardieren. Und fertig. Das ist eine ganz einfache Mission. Ist auch nicht allzu lang. Oh, jetzt haben wir schon Elite-Truppen. Die sind heftig. Mehr Trefferpunkte, mehr Lebenspunkte. Und sowas. Das ist echt richtig cool. Neues Bonus-Ziel. Jetzt spielen wir das nur mit dem Kommando durch. Da gibt es ein Bonus-Ziel, ein Bonus-Achievement sozusagen. Und deshalb spiele ich das neu ohne. Oh, ich knall sie ab. Sagen wir mal die Kiste da ein. Da hast du sowieso nur Leben. Geld können wir gar nicht haben. Also ist das Quatsch. Jetzt sollen wir hier unten noch irgendwas zerstören. Das weiß ich noch aus der letzten Mission. Ja. Wen soll ich erledigen? Ist im Endeffekt so eine Art Rollenspiel. Verstärkungen eingetroffen. Bin und Sir. Schicken Sie uns da rein. Wir markieren ein Ziel. Eine weniger. Einheit wird angegriffen. Empfange Nachricht. Erobern Sie Henton Rhodes zurück, indem Sie den Notch stützen und zerstören. Na los. Ich hab dich nicht vergessen. Jetzt. Ja, ganz einfach. Ist auch gleich schon vorbei, die Mission. Geheimdienstdaten aktualisiert. Anstatt, dass sie mich überfahren. Das sind ja lang. Ich hasse Skype. Ich hab viel zu viele Connections. Ach, kümmer dich nicht um den. Nach oben. Wie laufen meine Befehle? Ja, jetzt einfach die Leute hier ab. Einer weniger. Und dann knallst du wieder ab. Und dann knallst du die ab. Ich hab dich nicht vergessen. Geheimdienstdaten. 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 Zeit für ein Feuerwerk. Okay, legen wir los. Ich will jetzt den abschießen. Ne, leider hat es nicht ganz geklappt. Was hat denn der bitte für eine Waffe? Ich würde mal auf eine M4 tippen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Zerstör das Gebäude. Jetzt zerstör das Gebäude. Und dann noch den Hauptkram. Dann war es das auch schon. Und wo ist der Feind? Es ist der Gedanke, der zählt. Wie lauten meine Befehle? Jo, die Leute abknallen. Ist doch ganz einfach. Bin schon da. Ich mach das. Ich bin da. Nein, nicht gehen. Mach das Gebäude kaputt. Ich bin bereit. Mach erstmal das kaputt. Und jetzt machst du das. Es ist der Gedanke, der zählt. So, das war es eigentlich auch schon. Ziel wählen. Der Hafen ist verloren. Keen wird außer sich sein. Jo. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Das war es jetzt. Bonus Ziel erreicht. Ganz einfach. Ich bin bereit. Mit dem Kommando alles zu stören. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch was. Bis die Tage. Euer DRP. ERT DER Tod beauty. G G G G G G G